Vorfreude ist riesig, vor allem wenn man sich jetzt eben in der Lehrenhalle noch befindet und weiß, dass ab morgen hier die Hölle los ist, die Halle ist ausgekauft und wir freuen uns und sind, glaube ich, auch gut präpariert. Wir haben eine gute, intensive Woche zurückgeschaut, haben geschaut, was haben wir bei der Europameisterschaft eben begonnen haben, was schon gut funktioniert hat und dann eben geguckt, wie können wir diese Dinge eben noch würzen.